wir sind wieder unterwegs machen heute die ja nächste dort letzte nehmen wir müssen werden wir wollen acht erreichen weil dann gibt es die nächste leben quest in dem neuen gebiet wir wollen natürlich nach der reichen weil wir dann irgendwann der mit zehn haben müssen um dann quasi immer mal die nächste hauptmissions waren es viele um die um die zin zu erreichen deswegen gibt es heute quasi mehr oder weniger mal auf einer nebenquist das ist eine höhe wie sieht es denn hier aus die mikropole war immer sauber aus respekt ich muss doch dass sie war ich muss nämlich mal ganz kurz tatsächlich mal meine ich habe es vergessen ich würde mich falle war ich muss feier auf aufwerten also weil sie nicht aufhören sondern wir auffüllen weil wir damit ich weiterkommen überhaupt so wir machen was anders ich gucke ich habe ja neue den immer mit also noch mal zurück das hat sich jetzt so gelohnt also faktisch dass ich vorhin mal gelohnt also die letzte folge den den dings habe ich tatsächlich aus dem fluss von die kokonile waren da bin ich mal ganz ein bisschen getaucht und habe tatsächlich dann gefunden auf dem boden also ich habe das aber ausgeschnitten hinterhalt im tempel gut das ist eine sechster position die brauchen wir jetzt gerade nicht ich will erst mal diese mission hier machen wir könnten hinterhalt im tempel spielen in der nächsten folge dann aber jetzt möchte ich das hier mache ich möchte gerne so weit möglich an der haupt und die mission erledigt erledigen großvater ich habe dich vermisst ich wünschte du hättest remo gekannt war Tiere nutzen die Nekropole als Versteck. Deswegen sieht es hier so aus. Ich meine, ich bin bei weitem... Das Jungs-Spiel ist gerade gar nicht, oder? Ich meine, ich bin bei weitem kein Arachnophobiker, also ich habe keine Angst vor Spinnen. Die würden schon fies aussehen. Wie komme ich jetzt weiter? Hier. Das ist zu lange her, mein Sohn. Oder auch nicht. Oh, die Queste sollen schon weiter? Die sollen noch ein Stück weiter, oder? Dann ist sie nicht in der Höhle. Dann ist sie nicht in der Höhle. Dann bin ich hier. Ähm... Was? Muss ich es meinen Eltern sagen? Chensira hat dir das eingebrockt. Also muss er mit ihnen reden. Geh jetzt! So, halten zum Verfolgen. Chensira befürchtigt den Berg der Toten in Siva. Geh jetzt! Mio so! Das ist ja nicht. Chensira! bleib da ich komme dich holen da komme ich da weiter für die antike tafel ach so die dinge auch so was anderes ok so warte mal ja 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 da wie ist er hier durchgekommen ja 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 Was ist das? Das ist der Bogen, aber der sticht als meiner. Dahinter ist ein Weg. Warte mal. Das war jetzt der Gedanke dahinter. Ja, warte mal. Das war jetzt der Gedanke. Das war jetzt der Gedanke. Also schön. Ich verstehe. Ich hole dich hier raus. Das würde ich selbst gern wissen. Wir nehmen sie mal. Oh, ein Schild. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Wie bist du reingekommen? Da lang. Aber da sind die Hyänen. Oh, damn it. Ich will dir was sagen. Naja. Was ist denn, Chancera? Das mit Premo ist meine Schuld. Sie haben gefragt, wo du bist. Und ich dachte nicht, dass es jemandem schadet, wenn ich das ihnen sage. Chancera, keine Sorge. Du konntest nicht wissen, was sie tun würden. Jeder andere hätte genau das gleiche getan. Bleib in der Nähe. So, jetzt wirst du jetzt mal gucken, dass wir hier heile rauskommen. Aber bis sie alles noch mitnehmen. Was? Du bist doch Level 2, mein Freund. Es ist sicher. Geh besser nach Hause. Fajek. Darf ich dich was fragen? Nur zu? Könnte ich auch... Hör sieben. Naja. Du kannst damit anfangen, auf deinen Bruder aufzupassen, statt ihn in Gefahr zu bringen. Versprochen. Jetzt ab nach Hause. So, Grabmann und Berg, der Toten finden die Antike-Tafel. Das haben wir erledigt. Hier haben wir noch einen Steinbock versteckt. Hier töten. Wir werden eh nicht alle zu 100% machen können. Ich wollte jetzt tatsächlich nur die Nebenquests machen. Das war jetzt so der Gedanke dahinter. Hier haben wir noch eine Schriftrolle. Tötelhauptmannschaftspläne. Ja, das haben wir ja auch schon gemacht. Das haben wir ja in einer Mission gemacht. So, ich gucke mal gerade wegen Ausrüstung. Tötelbaumschild. 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 Ein Schild. Nehm mal mit, Phalanxschild. So. so kommen aber wegen fähigkeiten wir haben jetzt insgesamt zwei stück luftangriff könnte ich hier machen das nehmen wir natürlich definitiv mit wir können einen zweiten bogen ausrüsten das war noch als nächstes machen ich bin immer eine zweite nahkampfwaffe so gut den hinterhalt im tempel das machen wir dann in der nächsten episode würde ich sagen die ist nicht hier oben irgendwo die wäre in der hauptmission jetzt ist es in dem kurs ja so reisen wir kurz darüber und dann machen wir feierabend für heute und dann machen wir noch eine kleine feierabend für heute gut ich bin raus für heute wir sehen uns wieder dann morgens zwölf mit dem bock darauf habe bis dahin tschüss